Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Ranch Sim. Ich hatte ja gesagt gehabt, so jetzt habe ich zwei Geschenke immer noch, ne? Ja genau, denn ich habe in der letzten Zeit jetzt überhaupt nicht gespielt, von daher konnte auch nichts gesammelt werden. Ist aber nicht weiter schlimm. Heute ist Heiligabend meine Lieben. Ich wünsche euch ein super schönes, besinnliches und schönes Weihnachtsfest. Feiert schön, ja setzt euch alle vor den Weihnachtsbaum oder man sagt ja auch unter den Baum, ne? Wie auch immer. Lasst euch reich beschenken, genießt das beste und schönste Essen und ja, ich hoffe ihr seid auch alle mit euren Lieben zusammen. Und ja, ich, ich, Weihnachten halt, ne? Genießt es. So, ich möchte mich heute ganz gerne um meine Hühnermarkt kümmern. Oh mein Gott. Ehrlich? Wie sieht das denn hier aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Man merkt, ich habe alles vernachlässigt, aber auch wirklich alles. So, dann werde ich mal, ähm, die Eier einsammeln. So. Hoppala. Gott, das dauert ja ewig, bis ich hier fertig bin. Wirklich? Muss ich das tun? Na, komm schon. Kann man nicht irgendwie, so von wegen machen, alles einsammeln? Oh, das ist ja übel. Dass man jedes einzelne Ei anklicken muss. Und ich möchte jetzt nicht wissen, wie es in den Stellen aussieht. Okay, also, das wird eine langwierige Aufgabe hier. Oh mein Gott. Guckt euch mal das vor der Treppe schon alleine an. Ich habe eindeutig zu viele Hühner. Eindeutig. Aber die sind ja auch schön, ne? Im Grunde. Oh, ich muss auch gleich mal gucken, ob mein Kalb schon da ist von diesen Rinderbullen. Von den Fleischbullen. Na? So. Ich mache jetzt nur hier den Platz sauber. Ich mag eigentlich gar nicht in die Stelle gucken, wenn ich ehrlich bin. So. Also, wer Lust auf Eieromelette hat oder sowas, ne? Oder Spiegelei oder sonst irgendwas, der kann gerne hier zu mir kommen. Ich habe eine Menge Eier zu bieten. Geh mir aus dem Weg. Du Henne. So. Komm, ich mache auch gleich mal den hier an. Ja, ja. Ich habe euch alle im Blick. Ich habe euch alle im Blick. So. Oh Gott. Also, das mache ich jetzt aber nicht alles in dieser Folge. Definitiv nicht. Ich sollte die Eier verkaufen. Oh Gott. Hallelulia. Hallelulia, Hallelulia. Okay, ich werde die Eier definitiv nicht los, ne? Also, ähm, bei aller Liebe, aber ich werde die definitiv nicht los. Und wisst ihr, was ich jetzt deshalb mache? Ach ne, das Auto ist ja voll. Voll. Habe ich noch ein Auto, was nicht beladen ist? Meine Knutschkugel, glaube ich. Ja, Mann. So. Habe ich, habe ich die Hühnerstelle jetzt zugemacht? Ach ja, habe ich. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, irgendwie. Gott. So, ich mache mal ganz kurz die Lampe mal an. Ja, okay. Und mir ist nämlich eingefallen, dass ich ja noch einen Huhn in der Garage habe, ne? Also hier in meinem Schlachthaus sozusagen. Oh, das ist auch nicht gut. Ich hoffe, das lebt noch. Ich muss den eigentlich... Na, komm schon. So, jetzt. Meine Güte. Sehr viele Anläufe. So. Das ist mein Weihnachtshun gewesen. Es tut mir leid. Aber es bringt ja nichts, ne? Weil ich brauche den armen Kerl nicht. So. Die sind alle voll, ne? Die Kisten. Hm. Ich müsste das eigentlich alles verkaufen, ne? Okay, passt mal auf. Ich mache das jetzt folgendermaßen. So. Ich liege es jetzt einfach dahin. Okay. So. Weiter geht's. Jetzt wollte ich ja, wie gesagt, gucken, ob ich ein neues Kälbchen habe. Guck mal, da ist es. Oh, schön. Hallo. Ja, hallo. Willkommen in meinem... Warum drehst du dich um? Ich wollte dich von vorne sehen. Und Verschämtheit. Ach, süß. Ähm. Ja. Du siehst müde aus. Du sie... Ich wollte gerade sagen, bist du etwa wieder schwanger? Weil, guck mal. Sieht ganz schön... Sieht ganz schön dick aus, ne? Oh. Schweinchen. Okay. So. Obwohl die jetzt nicht viel Milch geben... ...werde ich jetzt trotzdem dafür sorgen, dass ich die mal melke. Vielleicht ist die deshalb so dick. Vielleicht dauert sich schon alles. So. Hm. Ich muss mir unbedingt noch mehr Melkmaschinen holen, ne? Auf jeden Fall. Ein paar mehr Melkmaschinen. Und dann... So. Und dann... So. Und dann... Fiona, was ist los mit dir? So. 28. Das ist die einzige, die voll ist. Okay, dann nehme ich jetzt die hier. Nein, wartet. Ich nehme die andere, weil ich meine noch zu wissen, die hier nehme ich, ich meine nämlich noch zu wissen, dass die nicht wirklich viel Milch bringen. Nur wahr. So. Dann gehen wir hier noch mal rein. Dann lasse ich die Milchkanne nämlich auch gleich dastehen. So, hineinlegen. So, wo bist du? Da bist du. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. So, wo ist, wo ist die Merkdingstie-Rooms? Da. So. Genau, die bringen nämlich nur 5, aber ist ja egal. Dankeschön. Dankeschön. So. Vielleicht sollte ich die einfach erst... Nein, die Milchkanne wollte ich doch ein... Oh. Wartet. Nein. Ich hänge. Ach. Äh. Nee, die Milchkanne stelle ich mal... Sag mal. Die stelle ich jetzt mal hier hin. So. Das wollte ich rausstellen. So, die lasse ich erst mal dastehen. Ach, du bist so süß. So, aber du... Du kriegst kein Baby. Okay. So, sonst ist jetzt erst mal keiner schwanger. Kein einziges Tierlein. Oh, ach so, wartet. Vielleicht komme ich ja von hier ran. Vielleicht war ich ja schlau genug und habe es nicht so weit weggestellt. Ich komme ran. Sehr gut. So. Stehen bleiben. Au, ich brauche hier erst noch die Kanne. Ich da... So. Einmal da hineinlegen. Danke. So. Dann... Einmal ansetzen. Sehr gut. Alles klar. So, die Kanne ist voll. Die Kuh ist leer. Okay. So. Nix da. So. Gibst du mir mal... Gibst du mir mal... Danke. 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 So, Nora. Vielen, vielen Dank für deine Mithilfe. Äh, nee. Aufheben. So. Du bist so hübsch weiß. Und du bist schon so groß. Äh. Bin ich zu weit weggelaufen, ne? Äh. Bleib hier. So, die Kanne ist auch voll. Fein. So läuft's. So läuft's. So, dann braucht man eigentlich die ganzen Eimer gar nicht mehr, ne? Okay. So. Crispy, hab ich dich schon? Ne, das ist die falsche Kuh. Scheiße. Äh. Komm her. Hab ich dich? Nein. Äh. Das wollte ich doch gar nicht. Okay, die hab ich schon. Kann ich das bitte haben? Danke. Ah, die hab ich noch nicht. Ihr macht gute Arbeit. Meine lieben Milchkühe. So. Dann heben auf. Äh, heben auf. Genau, gut gedeutscht. So hab ich dich schon. Ja, dich hab ich auch schon. Alles klar. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Hä? 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 Komm mal her, hier. Maus. Du da in weiß. Komm her. Ja, toll. Jetzt läuft die wieder rückwärts. So, wen hab ich denn noch nicht? Ach, das ist blöd, ne? Hab ich dich schon. Ich hoffe doch nicht irgendwie, weil sonst mach ich das jetzt hier alles wieder umsonst. Komm mal mit. Komm mal mit. So. Na. Ach, Mist. Jetzt hab ich die auch schon. Junge, Junge, Junge. Hab ich dich? Ja, dich hab ich auch schon. Hä? Ich kann doch nicht schon alle Kühe gemacht haben. Hab ich schon sechsmal tatsächlich? Okay. Ja, euch hab ich alle schon. Dann geht doch mal bitte alle rein, die ich schon habe. Hä? So, euch beide will ich auch noch haben. Komm, 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 komm. Komm mal her, hier. Hab ich dich schon? Irgendeine Kuh hab ich bestimmt noch nicht. Aha. Da hab ich den Übeltäter. So, und dich nehm ich auch noch mal, weil ich glaub nicht, dass ich alle beide weißen habe. So. Schön, dass ich's wieder losgelassen hab. Stand wieder zu weit weg, ne? Ey, tatsächlich, hab euch. Gut, ja, dann ist es erstmal so. Oder ist meine Kanne wieder voll? Nee. Die ist nicht voll. Okay. So, dann lasse ich die jetzt erstmal da stehen, die Kanne. Genau. Gut. Dann sollte ich tatsächlich ähm, zu machen. Genau. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Dann sollte ich tatsächlich, ähm, Dingsen. Hier wieder ein bisschen Käse produzieren, ne? Ich glaube, das sollte ich machen. so. Tan, tam. Ganz schön viele Milchkannen, die wieder voll sind. Milchkanne Nummer 3. Boah, Leute, ich brauch echt nicht so viele Eier. Ich, ich krieg hier bald ne Panne mit meinen Eiern. Vielleicht sollte ich tatsächlich, ähm, nochmal ein paar Hühner vernichten oder so. Denn ich glaube, ich hab einfach zu viele. Guckt euch das mal an. So. Dann hole ich noch die andere Milchkanne, die dritte. Okay. Geh mir aus den Weg. Danke dir. So. Okay. Wunderbar. So, hab ich, hab ich nicht noch irgendwo Schimmel gehabt? Ich glaube, im Haus, ne? Ich glaube, im Haus hatte ich Schimmel. So. Einmal anmachen. Stand die Pflanze schon immer da? Ich weiß nicht so genau. Genau, hier hab ich noch ein bisschen blau Schimmel und da auch. Okay. So. Fünf von fünf. Wunderbar, wunderbar. So, dann hinzufügen, hinzufügen, hinzufügen und hinzufügen. So. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Hoppala. Das hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. So. Und so, jetzt hab ich überall ein Ei, ne? Genau. So, und dann ein bisschen Blauschimmel. Genau. So, das. So, dann muss ich natürlich das aufheben, installieren, weil sonst der Deckel nicht drauf geht. Weil ich hab mich hier eingeloggt. Nicht wahr? Okay. So, dann. Genau, dann. Die Schränke sind alle leer. Alles klar. Hoffe ich doch jedenfalls. Nicht, dass ich jetzt irgendwo was vergessen hab. Aber ich glaube nicht. Produkt nehmen. Produkt nehmen. A new product. Oder product. So, da. Okay. So. Genau. Ah. Entschuldigt. So, du bist leer. Ein Ei. Und ein Ei. Oh. Hab ich einmal zu viel gedrückt? Hm. Na gut, dann mach ich einen ohne Schimmel. Ist ja, ich hatte ja sowieso kein Schimmel mehr. Also muss ich jetzt auch noch Schimmel kaufen. Seht ihr? Ich muss Schimmel kaufen. Ich muss noch eine Melkmaschine auf jeden Fall kaufen. Ich muss so viel kaufen. So, du bist ohne Schimmel und du bist mit Schimmel. Okay, aber wenigstens wieder einen Schrank voll. Okay. So, meine Lieben. Denn soll es das aber auch für heute gewesen sein. Ähm, wie viel haben wir es denn? 18.10 Uhr. Alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ähm, ich wünsche euch nach wie vor ein super schönes Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.